So, wir sind jetzt in der Oberfrankenhalle auf der Ausbildungsmesse und haben den ersten Interviewgast da. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, hi, ich bin der Christian Haberkorn, 23 Jahre, wohne auf dem Bayreuth. Und wie war denn so dein schulischer Werdegang? Ja, ich war zuerst tatsächlich mit dir sogar auf dem WWG zusammen, bis ich dann runter auf die Realschule gegangen bin. Dort habe ich dann meine mittlere Reife fertig gemacht. Ja, und jetzt bin ich im dritten Lehrjahr meiner Ausbildung. Wo? Wo machst du Ausbildungen? Trassel-Immenreuth als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Jawohl. Und was machst du heute hier auf der Messe? Einfach umschauen, was für Alternativen gibt nach der Ausbildung oder vielleicht sogar neue Ausbildungen. Einfach checken, was geht. Alles klar, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Danke für das Interview. So, wir haben den nächsten Interviewgast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Roman. Jawohl. Und was ist dein schulischer Werdegang? Ich habe mein Abi im GMG gemacht und dann eine Ausbildung bei Scibex hier in Bayreuth. Da habe ich jetzt festergestellt. Welche Ausbildung bei Scibex hast du denn gemacht? Groß- und Außenhandel. Jawohl. Und wie lange dauert das? Drei Jahre. Man kann aber auch zweieinhalb oder zwei machen. Und wieso hast du dich erst für die Ausbildung entschieden? Ehrlich gesagt hatte ich nach der Schule keinen Bock, mich direkt in die Uni zu setzen und wollte was Praktisches machen und dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Jawohl. Und was machst du jetzt dann heute hier auf der Ausbildungsmesse? Ich schaue einfach mal rum. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht und ich dachte, ich schaue mal, was es sonst so gibt und ich besuche meine Kollegen von Scibex. Jawohl. Dann vielen Dank. Zuschauen. Schau. 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 die